Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe, einer super, super, super frischen Ausgabe des The Geek Freaks Podcast, der TechCast Weekly, der ja jetzt nicht mehr so weekly ist. Heute zusammen mit dem Alex. Hallo Alex. Guten Abend. Wir sind wieder da. Und was wir für Themen nicht vorbereitet haben, hört ihr nach dem Intro. Let's go. So, ich glaube, das müsste eine Notpause sein. Ich glaube, das ist eine gute Pause. Ja, super. Herzlich willkommen zum Podcast, zum neuen, alten, wiederbelebten, jetzt seit einem Jahr Pause wieder stattfindenden Podcast. Mit neuer Podcast-Seite und neuer Aufnahmetechnik, neuer Übertragungstechnik und so weiter und so fort. Aber immer noch den gleichen Menschen. Immer noch die gleichen Idioten, die ihre Technikpannen davor ausleben müssen, das stimmt. Ja, also, ihr kennt uns ja aus den Livestreams, ne? Die Technik, wir lieben sie. Also, genauso komplex, kann ich ja gleich mal drüber quatschen, wie unsere Video-Connection-Schaltwege, sind jetzt ja auch die Audio-Schaltwege. Ja, Lukas und ich nehmen das jetzt ganz anders auf und zwar direkt bei Lukas zu Hause, über einen Tunnel. Durch diesen Tunnel schicken wir getunneltes Audio von mir direkt rüber zum Luke. Ich glaube, darüber werde ich, also ich verrate jetzt nicht so viel wie oder was, aber da machen wir ja wahrscheinlich trotzdem mal ein Video drüber. Und das ist ähnlich wie, falls sich jemand daran erinnert, eine Technologie, die früher genutzt wurde beim Medien und Fernsehen, SoundTaxi. Hast du davon schon was gehört, Luke? SoundTaxi, die Anwendung kenne ich jetzt noch nicht. SoundTaxi war ein sehr teures Tool, ich glaube 900 Euro oder so, also das jährlich. Womit du dann quasi für Radio und Podcasts und Musikveranstaltungen, Echtzeitunterhaltungen in sehr hoher Qualität, wie wir es eben jetzt gerade machen, realisiert hast. Das Ganze war ein teurer Premium-Service. In Anfangszeiten meiner Ausbildung haben das noch sehr viele Radio- und Medienstationen genutzt, Funk und Fernsehen. Und die haben dann auch für solche Live-Konzerte oder eben Interviews immer SoundTaxi genutzt, weil es problemlos lief, halt pro Partier. Gut, heutzutage wird dann alles über Cisco, Webex oder sowas Konsorten gemacht oder kommt von Rooters bezogen oder ja. Zip nutzt dafür ja keiner oder sowas, das ist halt alles. Zip nutzt nur jede Radiostation, die halt irgendwelche Leute per Telefon dazuschaltet. Ja, Zip und Voip, sehr lächerlich, ne? Da klingen die Leute immer schön nach ihrer kleinen Telefonkapsel, die versucht irgendwas zu kompensieren im Radio. Das erinnert mich an etwas und zwar, auf meiner Arbeit habe ich es damals auch immer erlebt, dass Leute natürlich per Telefon zugeschaltet wurden. Da hatten wir ein kleines Rackgerät, mehr oder weniger eine Telefonbox, die nichts anderes gemacht hat, als hat halt wie ein Telefon agiert und hat verbunden und wurde dann aufs Mischpult gelegt. Mehr nicht, über die Telefonleitung. Ja, warum nicht? Also in Fachkreisen hat man das auch mal ein Modem genannt, aber klar. Ja, nicht direkt als Modem, sondern es war wirklich ein Telefonie-Modem mit eigener Telefonnummer. Ja klar, hat eine Telefonnummer gekriegt und dann Input, Output und das als Soundkarte dann aufs Mischpult. Genau, also nicht als Soundkarte, das ging als Klinke drauf. Wie auch immer als Soundausgang. Also halt sehr billig in der Hinsicht, aber das Gerät war anscheinend mal sehr teuer gewesen. Und die Qualität ist auch dementsprechend. Ich glaube, das wird sogar für Telefongäste immer noch genutzt. Kann sein. Bumm. Wobei man dazu sagen muss, dass die meisten Schalten bei Film und Fernsehen ja immer noch über Skype laufen. Viele tatsächlich. Die meisten. Nicht alle, aber du siehst ganz häufig das Ganze noch. Oder das Skype-Logo. Warum? Weil es am zuverlässigsten ist. Das Problem ist mit allen anderen... Es ist am unzuverlässigsten, zuverlässigsten, meinst du? Naja, das Problem ist, meistens werden Leute geschalten aus Gebieten, wo das Internet nicht ganz so geil ist. Ich erinnere mich noch aus Schalten aus Teheran oder aus dem Irak oder aus ähnlichen Krisengebieten. Und wenn dann da mal Korrespondenten am Start waren, dann haben die meisten nicht das beste Internet gehabt. Und Skype hat uns Fluch und einen Segen. Die Qualität von Skype ist immer reudig, aber... Aber sie ist gleichmäßig reudig. Genau, und die Verbindung reißt meistens nicht ab. Also da ist Teams pickier, viel pickier, und Zoom nutzt dafür eh keiner. Skype ist so das, was die Orthonormalzuverlässigkeit angeht, was eine Verbindungsschwankung auch gut ausgleichen kann. Das macht dann vielleicht mal diesen kurzen Blub oder dieses Blub-Blub, aber ist dann wieder da. Naja, dieses kurze Blub-Blub, was wir ständig im Stream hatten, wenn man alles kurz Nick-Up hat oder so, weil die Skype-Server mal wieder ein Outage feiert. Genau das. Tatsächlich ist ja aber auch, weil Skype die tolle NDI-Schnittstelle direkt implementiert hat und man das so toll abgreifen kann, dass das so gerne genutzt wurde. Ja, richtig, aber das kam erst später. Da zum Beispiel habe ich unsere Firma draufgebracht, dass Skype jetzt NDI kann. Das wusste keiner. Da konnten die aber doch schon ewig mit dem NDI. Vorher ging es ganz anders. Skype lief auf dem Windows 10 PC und dann wurde mit NDI, ja, aber mit NDI Screen Capture ein Bildausschnitt aufgenommen und der wurde rüber auf den Bildmischer geschickt. Also so wie ungefähr jeder Streamer das heutzutage macht, wenn er Leute über Discord einbindet. Genau. Ein extra Monitor mit extra Screen Capture und einzelne Dinger, die das abcaptchern. Und den Monitor darfst du damit gar nichts benutzen, weil ansonsten fliegt da nämlich eine Maus oder ein anderes Fenster durchs Bild. Und genau, genau so wurde es gemacht. Und dann habe ich mal, ey, es gibt Skype für Creator, was ist Skype für Creator? Dann kannst du dir die NDI direkt abgreifen. What? Dafür habe ich nie credit bekommen, aber dann wurde es natürlich genutzt, weil bei uns auf der Arbeit damals, bei meiner Arbeitsstelle, wurde natürlich ein TriCaster benutzt und der ist von Newtik. Ein Bildmischer von Newtik, die haben NDI entwickelt. Das heißt, der hat natürlich nativen NDI-Support. Ja, und NDI einfach im Netzwerk, los geht's. Genau, und dann konnten sie es per Skype rüberschicken. Natürlich finde ich es jetzt mittlerweile praktisch, dass Teams hat eine bessere Qualität als Skype. Und Teams unterstützt ja auch NDI, was halt trotzdem schöner ist. Ist halt auch von Microsoft. Richtig. Dafür ist halt bei Teams die Audioqualität gleichmäßig räudig. Ich meine, die Leute wundern sich im Stream immer, beziehungsweise haben sich im Stream immer gewundert, wenn das Backup-Audio plötzlich von mir kam und dann natürlich meine originale Mikrospur drin war, warum plötzlich mein Mikro so gut klang. Ja, das ist merkwürdig. Ich hatte ja heute erst das Video draußen, also dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn der Podcast rauskam. Heute kam das Video raus zum Endline ModMic. Und ich habe ja in dem Video auch sehr deutlich gesagt, warum Headset-Mikrofone scheiße sind. Und die leiden witzigerweise am gleichen Problem wie Skype und Teams. Denn das Ganze nennt sich Streaming-Kompression. Die meisten Headsets senden halt über Bluetooth und Bluetooth nutzen Verfahren. APT werdet ihr schon mal gehört haben oder APTX. Kein Losles Audio. Das heißt halt, aber ansonsten auch die meisten kabelgebundenen Headsets sind nicht geil, weil die Hersteller halt irgendeine Billigkapsel an irgendeinem günstigen Kopfhörer dran flanschen und das Ganze dann zu einem akzeptablen Preis verkaufen. Und äh, oh la la, ich glaube, wir haben gerade ein Problem und ich weiß nicht, ob er noch aufnimmt. Ich stopp mal das Fall. Ein paar Sekunden später. Genau, Teams und Audio-Qualität und Video-Qualität und so weiter. Und du hast da was gezeigt mit Streaming-Kompressionen und Mod-Mics und wir haben günstige Kopfhörer an Billig-Mikrofonen mit Billigst-Kapseln und ein Mikro, das wireless oder wired extra dediziert dafür dran ist, dass wir da was mit Streaming hochqualitatives Audio machen, ist natürlich besser gebaut, anstatt irgendwas, was kombiniert ist. Ja, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, ob du jetzt Bluetooth hast oder was auch immer, immer wenn du Audio sendest, ne, und du hast nicht gerade eine kabelgebundene Direktverbindung oder eine analoge Verbindung, dann wird komprimiert. Dann wird einfach, äh, weil, ja, wieso auch nicht, weil Audio den meisten Herstellern oder meisten Nicht-Audiofehlen relativ unwichtig ist. Das klingt jetzt richtig blöd, aber den Hardware-Herstellern oder den Software-Herstellern ist meistens Audio relativ unwichtig, obwohl es das sensibelste überhaupt ist. Wir sind, wir haben viel bessere Ohren als Augen, aber es wird immer noch sehr stiefmütterlich behandelt, wobei es Leuten direkt auffällt. Wenn irgendwie tatsächlich in irgendeinem Song, was auf dem Klavier geklimpert wird, eine Note falsch ist und ein Halbton tiefer ist, das hört jeder oder ein Halbton höher, je nachdem wie man das haben will. Wenn die Farbe aber ein kleines bisschen gedreht ist oder, oder falsch ist. Kein Schwein, ob da jetzt ein Hex mit irgendwo sich verfluppt hat oder sowas oder ein einziges Pixel in so einem 4K-Bild dann plötzlich mal eine andere Farbe hat, als es haben sollte. Genau, und das ist, das, das ist eben das Merkwürdige. Es wird zwar daran gearbeitet, immer die Auflösung von allen Fernsehern und allen Technologien immer weiter zu erhöhen und zu verbessern, die Schärfe, die Brillanz, aber im Audio arbeitet keiner. Und das ist ja auch eigentlich schon lächerlich, denn ich sag mal, der Standard. Ja, sieh dir an, was ich gemacht hatte. Ich habe irgendeine random Mikrofonkapsel mal irgendwo an Kabel geklatscht, hab das Ganze mit einer kleinen Phantomspeisung ausgestattet, über ganz rudimentäre bisschen Widerstand und einen Kondensator, um das Ding noch ein bisschen anzupuffern. Und was ist passiert? Ich hatte im Endeffekt dieselbe Qualität, die irgendein Gaming-Headset quasi hatte, mir selbst gebaut, für wenige Cent als kleines Lavalier-Mikrofon. War keine großartige Audioqualität, war einfach nur ein Schnellbau. Ja, richtig. Das ist halt, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, denn einerseits sagen sich die Chat-Kommunikationsprogramme, ob es jetzt Discord, Teams, Zoom, Skype ist, die sagen sich, ach, die Tonqualität müssen wir nicht hochschrauben, die Bandbreite, weil die haben eh schlechte Mikrofone, weil die haben eh Headsets. Und die Headset-Hersteller sagen sich, ach, gute Kapseln und Wandler müssen wir eh nicht verbauen, denn die nutzen eh die schlechten Programme, die alles totkomprimieren. Du weißt, was ich meine, das ist das typische Prinzip, bis du obdachlos kriegst, du keinen Job hast, du keinen Job kriegst. Es ist dieses typische, von wegen Discord macht standardmäßig für irgendwelche Calls und so weiter 64k-Bit in der ganz normalen Version. Und selbst dann, wenn du es als Server hochdrehst, dann, ja, 96k-Bit-Übertragung. Und Alex, was übertragen wir nochmal für eine Bandbreite jetzt gerade? Unser Audio? 6, 7 Megabit pro Spur? Ja, 6 Megabit pro Spur schicke ich, ja. Ja, das meine ich auch. Und du empfängst auch ungefähr 6 Megabit pro Spur von mir. Das ist mehr als die meisten Leute downloaden haben in Deutschland. Du, meine Flag-Files haben ungefähr teilweise 6, 7 Megabit die Sekunde. Ja, wir sind relativ lossless gerade. Das ist auch gut, die Leute kriegen es lossless. Ja. Wir hoffen einfach nur, dass die Aufnahme weiterläuft in so lossless. Aber deswegen, ein 50-Euro-Mikrofon und ein 100-Euro-Kopfhörer sind in jedem Fall besser als ein 150-Euro-Headset. Ja, richtig. Genau, du, das wollte ich ja raus. Entschuldige, ich bin so müde. Ich bin so müde. Ah, langer Tag. Ich bin gerade dabei, unser Dach neu zu dämmen. Das ist ein kleines bisschen anstrengend, weil die Grundsubstanz speziell ist. Speziell, ich will da jetzt nicht so ausschweifen. Mh, Asbest. Naja, warte, warte, okay, ich muss doch. Also erstmal, deswegen, wir sind froh, dass wir jetzt bessere Qualität liefern können und die dann auch in den Livestreams präsentieren werden. Ich bin immer noch sehr traurig, dass Hersteller immer Mumpitz machen und alle den schwarzen Peter jemand anders zuschieben, ne? Ja. Unliebe geht raus. Aber gut, vielleicht können wir ja auch, wie immer, mal ein positives Beispiel sein, wenigstens. Ja. Gut, Luca anspruchen. Hat sich lustig gemacht über Aspest. Also, okay. Ich hab's nur erwähnt, weil es halt ungefähr zu der Zeit, wo euer Haus erbaut wurde, ein relativ beliebter Baustoff war. Mhm, pass auf. Ich bin da hoch heute, ne? Mit der festen Absicht, das Dach relativ schnell zu dämmen, weil es ein Kaltdach ist. Da ist nix, ne? Als erstes sind mir aufgefallen, dass ich insgesamt 34 Wespennester weggemacht hab. Okay. Die waren ja nicht mehr bewohnt. Dann ist mir aufgefallen, so, okay, die ganzen undichten Stellen und den Schindeln haben sie einfach Lappen reingestopft. Super. Kann man machen. Dann ist mir aufgefallen, okay, pass auf, die rechte Seite des Daches, also nur die rechte Seite, und zwar nur der etwas erhöhte Ausbau. Also, weißt du, früher haben sie so ein Dach gehabt, okay, da ist jetzt ein ganz normales Dach, wir wollen aber noch einen Raum mehr haben, also haben sie das Dach leicht nach oben versetzt, Fenster reingesetzt und einen zusätzlichen Raum quasi reingemacht. Kennt man, ne? Das Dach erweitert. Das haben wir links und rechts am Haus, eine Dacherweiterung. Jetzt ist so, dass diese Dacherweiterung 1975 gemacht wurde, die meisten Leute meinen jetzt schon, oh, oh, oh. Also, das ist auch Kaltdach. Meine Frau ist da heute reingekrabbelt und hat gemerkt, das wurde nicht gedämmt. Zu der anderen Dämmung komme ich gleich, aber diese Erweiterungen links, rechts wurden nicht gedämmt. Da wurden nämlich von Gartenstühlen die Polster vierlagig einfach reingequetscht auf einer Fläche von bestimmt 10 bis 15 Quadratmetern. Die wurden da einfach reingelegt und am Rand, ganz vorne, direkt unter den Schindeln Plastikfolie, und zwar so viel Plastikfolie, wie sie finden konnten. Einfach direkt an die Schindel dran gepresst. Also haben sie eigentlich halt einmal Sperrmüll entsorgt und das bei euch ins Dach gepresst, oder wie? Pass auf, ja. Dann haben wir Dämmmatten gefunden, original aus dem Jahr 1975, aber noch aufgerollt. Die waren da oben gelegen und verschimmelt. Super. Und die, die nicht verschimmelt waren, sind die, die reingequetscht wurden da ans Dach, wo man nicht hinkommt. Die wurden da einfach reingedrückt, sodass sie auch direkt an die Dachziegeln rangehen, sodass es halt auch alles gut schimmeln kann. Jetzt ist natürlich, wer eine Dachdämmung kennt, der denkt sich, pass auf, ich muss die Bodenbretter wegmachen, dass ich bis zu den Balken runterkomme, dass ich da unten Dämmung reinmachen kann. Also habe ich angefangen, die Bodenbretter zu entfernen. Und was finde ich? Auf der gesamten Fläche von ungefähr 100 Quadratmetern Dach finde ich nur Tannenzapfen, Nadeln, Beergänzgläser, Bauschutt, noch mehr Tannenzapfen, Laub und das alles gepresst als Dämmschicht 10 Zentimeter hoch über die gesamte Fläche. Ein bisschen Sand und Staub ist auch noch dabei. Ja, also das, was man in modernen Kreisen mit Rasen übersät und ein Gründach nennt. Ja, ich habe mich nur noch gefragt, erstens, wie haben sie das ins Dach bekommen? Das zweite ist, es ist einfach nur Bauschutt und Straßendreck, den sie reingeschmissen haben. Gepresst, also richtig schön scheiße zum Wegarbeiten. Du kannst es auch nicht aufschaufeln, weil die Bretter von unten Nägel nach oben rausstehen haben. Don't ask. Meine Frau ist verzweifelt, die hat ausgeschaut wie das Aschenputtel. Völlig schwarz vom Ruß. Und dann sind wir zu diesen Ausbaustellen links und rechts gekommen, ne? Und ich schaue so, mit was haben die wohl die Wand innen beschlagen? Und ich sehe so sehr grobfaserige Platten in Grau. Ja. Und ich sage so, Schatz, schau mal an, was das für Platten sind. Und sie schaut sich an, hm, und ich, hm. Und dann haben wir nämlich die Bretterdielen vom Ausbau links und rechts entfernt, weißt du, die Bodendielen? Mhm. Und ich sehe, dass der ganze Ausbau links und rechts, das sind zwei Räume vom Haus, ne? Einmal unser Schlafzimmer und einmal gegenüber der Flur. Dass die komplett von innen verschalt sind mit grau-faserigen, grobfaserigen Platten. Ja. Und ich so, Schatz, die haben den Ausbau 1965 komplett mit Asbest in den Winden gemacht. Mhm. Was erwartest du? Ich meine, solange du es einfach nur vor sich hin existieren lässt, da nicht reinbohrst. Genau das ist aber das Problem. Oder sonst was? Genau, genau das ist das Problem. Kannst du das Problem auch einfach ignorieren, bis sich jemand anders drum kümmert? Wir müssen ja die Decken von innen renovieren. Mhm. Hast du schon mal überlegt, einfach nur 10 cm Material dran zu klatschen und call it a day? Die Deckenhöhe ist schon weit unter 2 m und ich stoße dann an. Also wir müssen, weil die ist schon niedrig. Das heißt, wenn ich da jetzt, ich hätte mir schon überlegt, dass ich vielleicht von unten nur vielleicht so einen Zentimeter dick oder einen halben Zentimeter dick Paneele mache, dass die Decke gut aussieht, ne? Aber die muss ich ja auch bohren nach oben. Und jetzt weiß ich, wenn ich nach oben bohre, lande ich instant im Asbest. Super. Dreck. Dreck. Weißt du, was da dein einziges Optionchen wäre? Nee. Kleber. Kleber, ja. Ja, aber ich kann nicht auf Tapete kleben. Die haben die Decke nämlich, pass auf, das ist nämlich das Geile, die Decke im ganzen oberen Stockwerk ist eine 0,45 cm dicke Styropor-Schicht, auf die sie Tapete geklebt haben. Das heißt, wenn ich auf diese Styropor-Schicht irgendwas draufkleben will, kommt mir die Styropor-Schicht entgegen. Und ich lande direkt. Super, dann hast du den Asbest, wo du direkt was draufkleben kannst. Ja, genau. Sehr gut. Du hast das erfasst. Das hat mir minimale Kopfschmerzen. Also, das ist eines der Zukunfts-Alex-Probleme. Mach Zeitungen drüber, putz die zu und verkaufe die Kiste. Wie bei Moritz. Ja. Nee. Ich werde es schon richtig machen, nur... Es ist halt so ein Moment, wo du halt wieder zuckst. Wo du denkst so, ihr wart nicht nur blöde Amateure, die halt lumpen, Stroh, Reisig und alles, was sie kappt haben, ins Dach geschmissen haben und das dann auch noch liegen gelassen haben. Nein, ihr wart doch so blöd und habt Dämmwolle gekauft. Rollen an Dämmwolle. Mindestens 25 Quadratmeter Dämmwolle. Und habt sie aufgerollt im Dach liegen lassen und nie verwendet. Ja. Aktuelle Wärmedämmung. Und dann haben sie halt stattdessen halt einfach Tannenzapfen reingeschmissen. Was soll das? Das ist... Oh Gott, ich habe sowas noch... Luke, ich schicke dir heute noch Fotos. Ja, bitte. Ich schicke dir heute noch Fotos. Wenn irgendjemand anders noch Bock hat, ihr könnt gerne die Fotos haben. Es ist gebart keiner Beschreibung, was wir da erlebt haben. Wir können die ja mal auf... Welche Social Media Netzwerke haben wir überhaupt, die sowas verbreiten können? Oh ja, Insta halt, ne? Insta, guck mal, dann buschen wir doch ein bisschen Insta und sagen, die Leute können sich auf diesem komischen von Fotzeburg bereitgestellten Programm registrieren und dort die Bilder betrachten. Das können sie machen, wenn sie wollen. Also wenn sie es sich freiwillig antun, also ich würde es ja nicht, aber... Also da habe ich noch nie gesehen. Meinst du einen Facebook-Account oder Meta, wie es sich so toll nennt, oder die Bilder zu gucken? Beides. Also ich bin jetzt auf so Meta-Ebene, als Mensch. Ja. Habe ich gehört. So, zwischen den Zeilen. Aber, oh Gott, bin ich angeekelt. Tatsächlich habe ich festgestellt, Facebook ist ja ganz toller Verein. Wenn du WhatsApp mal benutzt hast und du guckst einfach halt mal ein paar Monate nicht rein, dann löschen die halt einfach deinen kompletten Account komplett ohne jegliche Ankündigung. Voll, weil sie sagen, ey, das ist ein Spam-Account, der wurde zum Spam angelegt. Das heißt Spam oder so. Der Account hat ja seit 2013, oder wann war das irgendwann mal halbwegs populär gewesen. Ja, viele, viele WhatsApp-Accounts wurden in dem letzten Jahr gehackt und dann, ja, und dann als Bots benutzt. Und immer Multifaktor drin gehabt. Also du brauchst es bei mir eine extra PIN, um das WhatsApp-Konto zu öffnen zu können nach einem neuen Login. Kann ja sein, dass trotzdem jemand genutzt hat. WhatsApp ist das egal. Die sagen dann raus damit. Oder sie klären den Cache. Nee, die haben halt gesagt, 120 Tage nicht genutzt oder sowas und dann Blumps wird gelöscht. Ja, dann ist halt alles futsch. Das ist halt mittlerweile so, ja. Aus auf ihren Zervern. Hier sagen wir halt einfach mal so, ich hab's halt sowieso nur noch alle paar Monate mal reingeguckt, weil ich von irgendwem eine Nachricht erwartet habe. Aber dann halt einfach so ohne jegliche Ankündigung einfach aus allen Gruppen etc. Alles ist einfach automatisch rauszufliegen, ist dann halt doch ein bisschen nervig. Kann ja doch mal sein, dass man irgendwie von irgendjemandem noch zu irgendwas Wichtingem kontaktiert wird und dann nochmal wieder reinguckt. So wie unter anderem ich dann immer wieder reingeguckt habe. Gut, hab ich den Account jetzt komplett auch dann löschen lassen. Also scheiß drauf. Ja, komm. Ich meine dann kein WhatsApp mehr. Wir haben ja Alex zumindest auch so weit erzogen, dass der mittlerweile auch andere Apps benutzen kann. Ja, ob das schön ist, ist die andere Sache, aber ich kann auch andere Apps benutzen. Im Endeffekt will ja jeder die Daten und damit leben wir einfach. Aber Leuten, von denen relativ klar ist, die haben schon mehrfach gesagt, nein, wir geben die Nutzerdaten nicht raus. Wir können da nicht drauf zugreifen. Nein, wir geben die Nutzerdaten nicht raus. Nein, wir geben auch nicht die Nutzerdaten raus, die wir vielleicht haben könnten. Leuten, die sagen, jo, alles Open Source und verschlüsselt. Oder den Leuten, die sagen, ja, wir sitzen in der Schweiz, viel Spaß an die Daten zu kommen, sind alle verschlüsselt. Nimi, nene, nene, nene. Kassiert auch die Server ein, ist halt nichts drauf, was ihr lesen könntet. Ja, da gibt's halt schon Sachen, denen ich deutlich mehr vertrauen würde als WhatsApp, die halt tatsächlich alle selber die Daten entschlüsseln oder in meinen Google Drive quasi reinspeichern, die Backups. Aber das alles komplett unverschlüsselt, aber auch nur WhatsApp hat drauf Zugriff und ich selber kann den Speicher nicht einsehen. Ja, ja, ja. Gut, aber Telegram hat jetzt auch an Startdaten rausgeschmissen. Was heißt an Startdaten rausgeschmissen? Auf Anfrage haben sie natürlich jetzt auch rausgeruckt, ne? Nein. Doch, haben sie über große Meldungen. Ja, aber tatsächlich siehst du ja, der Telegram-Hauptprogrammierer wurde ja sogar aus seinem Land rausgeschmissen, weil er gesagt hat, nee, die ganzen Daten der Ukraine gebe ich nicht raus. Ja, das stimmt. Aber sie haben halt jetzt Kooperation trotzdem, dass Telegram im deutschen Raum kooperiert hat und hat auch den Gerichten Daten und Chatverläufe gegeben. Also so sind sie, alle die kostenlosen Dienste leben vom Verkauf der Daten. Nein, das ist ja kein Datenverkauf und ich erinnere mich da an eine große Abstimmung, die gefragt hat von wegen, Leute, wie würdet ihr sagen, dass man da vorgehen sollte und wo nur Leute aus Deutschland abstimmen könnten und ich habe mir die gerade mal auf ein Display geholt hier, da haben 39% gesagt, IP-Adressen und Telefonnummern von Terrorverdächtigen nur mit Gerichtsbeschluss und 37% keine Daten, ob mit oder ohne Gerichtsbeschluss, das heißt ziemlich knappes Rennen und IP-Adressen und Telefonnummern von Verdächtigen schwerer Starraftaten ohne Gerichtsbeschluss ist bei 20% und Enthaltung 4%. Das heißt also, es ist recht, zwar eine knappe Kiste, es gibt kein Ding, es ist halt quasi, wenn man die mindeste Mehrheit von 2% dort denkt, wenn man einen Gerichtsbeschluss hat, dann können Daten rausgegeben werden. Ja, I don't know. Wenn es, ich sag mal so, wenn es dann schon ein Gericht gegeben hat, was da schon ein Urteil gesprochen hat, dann wird das wahrscheinlich irgendwie fundierte Sachen haben und entweder hast du dann auch die Option bei Telegram benutzt, dass du den komplett vollverschlüsselten Chat benutzt hast, auch Geheimchat genannt, oder bist halt einfach ein Vollidiot, der keine Technik benutzen kann. Absolut klar. Weil, das ist ja halt der Vorteil und der Nachteil an Telegram, die Standardchats sind halt einfach nur mit einer einfachen Verschlüsselung gesichert, die halt auch der Server hat und mitlesen kann. Ich auf der anderen Seite, ich traue halt keinem Chat-Klient, ist klar, die Lehmen davon Daten zu verkaufen. Und ob jetzt die an die russischen Hacker oder ukrainischen Hacker oder irgendwo mal Daten verkauft haben oder nicht, weißt du nicht. Wenn du dir jetzt mal Streamer und so weiter anguckst, die ziehen halt die Karte von wegen, wir sitzen in der Schweiz, unser Messenger kostet halt 2, 4 Euro oder so zum Kaufen. Ja, ja, ich weiß schon. Ist zwar regelmäßig im Angebot dann für 2 Euro oder so, aber wenn man sich mal überlegt, ganz früher, also ganz, ganz, ganz früher, als WhatsApp noch neu war und noch nicht zu Fazzebook gehört hat, hat es auch 90 Cent im Jahr gekostet. Ich habe, nein, mir wurde immer nur angekündigt, jetzt wird es 90 Cent kosten, bald kostet es, aber es kostete nie. Es hatte 90 Cent gekostet. Du hattest nur immer ein Demo-Jahr frei, wenn du es neu installiert hast. Ah, okay. Und in dem Demo-Jahr haben sie mich dann immer verlängert, alles klar. Irgendwie sowas teilweise gab es. Ich kann mich daran erinnern, dass ich genau ein einziges Mal 89 Cent dafür bezahlt hatte, als es noch nicht zu Fazzebook gehört hatte. Also ich habe nie bezahlt. Dann ging es ja zu Fazzebook rüber und dann wurde ja gesagt, ist komplett gratis. Und da ging es eigentlich erst endgültig richtig ab mit der Userbase. Ja, macht ja aber auch im Endeffekt keinen Unterschied. Facebook gehört so wie zur Insta allein. Aber es war ja auch nur ein Beispiel, wenn es dir früher eigentlich schon 90 Cent im Jahr wert war, also sogar ein monatliches Abo quasi von X Cent, warum sollte es dir dann nicht einmal 4 Euro oder 2 Euro, wenn es im Angebot ist, wert sein, verschlüsselte, sichere Chats zu haben, die sicher sind? Weil nicht mal du selbst sie wiederherstellen kannst, wenn du sie nicht gebackupt hast, weil die Daten halt nur auf deinem Telefon gespeichert werden, selbst deine Kontakte und so weiter. Das ist halt dann schon ein anderes Level von Security. Da würde ich dann schon deutlich eher vertrauen, dass ich da meine Passwörter drüber verschicken könnte oder so etwas, anstatt sowas zu machen. Und dann kommen wir da mal zu... Und die ganz paranoiden Leute nehmen natürlich nur E-Mail mit BGP und so weiter und Geblödel und fort, ja. Um übrigens auf die Brücke zu kommen, ne? Genau. Die Brücke zu den Themen ist, ja pass auf, wir hatten es vorhin von Streaming und Kommunikationsplattformen mit schlechter Qualität, die ja WhatsApp, Telegram und alle auch sind, weil die Bild- und Audioqualität ist genauso komprimiert und misst, ne? Ja, eigentlich wollten wir per Fotzebuck deine Bilder... Ja, 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 ja. Warum mal unten? Ja, aber das ist ja eine schöne Brücke, weil wir haben da überall natürlich auch das gleiche Problem, dass diese Dienste, genauso wie die mobilen Dienste, ja auch alle blöde Qualität, auch wenn es dann heißt WhatsApp HD oder wir schicken über Telefon HD, ne? Alles Blödsinn klingt auch alles Mist. Da kannst du mit jedem Mikrofon drankommen... LTE-Telefonie klingt deutlich besser als das 2G-Fallback. Ja, aber die hast du halt auch nicht überall und die hast du auch bei uns nicht überall, die LTE-Telefonie. Die hast du halt, wenn du LTE hast, ansonsten hast du halt das 2G-Fallback. Genau, und wenn du so oder so über WhatsApp telefonierst, ist die Qualität, ne? WhatsApp telefonierst und Telegram ist auch die Qualität. Und das ist natürlich, egal ob Fallback oder nicht, neulich habe ich ein kurzes Videotelefonat mit dem Momo gehabt, ja, demselb Bild sah halt einfach aus wie 56x56 Pixel, ne? Gut, aber du kennst Monis Mobilnetzempfang, oder? Na, natürlich. Also, ich weiß ja nicht, ob du schon jemals bei Moni in der Gegend warst, aber ungefähr 3 Kilometer bevor du ankommst, ist das Netz halt einfach weg. Es geht von 4 Balken LTE auf 3 Balken LTE auf 2 Balken LTE auf 1 Balken E auf keinen Balken. Und weißt, was ich dann verstehe? Genau, darauf möchte ich raus. Ja. Das ist das gleiche Problem, wie ich vorhin angesprochen habe. Na, pass auf. Audio wird immer noch gesendet. Zu 99,9 Prozent, egal in welcher kommerziellen Anwendung, mit AAC. Wird einfach AAC genutzt überall. Der Codec ist jetzt 15, 20 Jahre alt in seiner jetzigen Version. Gut, ähm, mit demselben Argument haben wir gesagt, äh, ja, die 3,5 Millimeter Klinkenbox ist 100 Jahre alt, komm, lass die mal entfernen. Nein, na, warte mal, ich möchte mich noch was raus. Und, äh, so, wir wissen, der ist 15, 20 Jahre alt. Es gibt mittlerweile bessere. Jetzt haben wir das gleiche Problem, das WhatsApp und so weiter, die schicken alle mit WebM. So, wir wissen WebM nicht so geil, wie wär's mal mit HVAC. Denn alle Smartphones können, oder wenigstens eine Option, eine höhere Qualität nehmen zu können, wenn das nicht schlechter wird, können Smartphones, weil sie einen guten Prozessor haben, der während der Videotelefonie so gut wie nicht ausgenutzt wird, könnten HVAC kontieren oder eben H.265 oder jetzt in Zukunft vielleicht dann AV1, könnten durch die gleiche Bandbreite die doppelte Videoqualität schieben und es würde einfach erstens Datenrate sparen in manchen Szenarien und es würde die Qualität deutlich erhöhen. Das heißt, ein Codec-Wechsel auf modernere Codecs wäre sehr einfach und sehr schnell möglich, nicht nur bei Audio-Plattformen oder eben bei Video-Plattformen, siehe Skype, ähm, Telegram, siehe WhatsApp, äh, Zoom. Die Möglichkeit wäre da, was ich nicht weiß, ist, warum es keiner implementiert. Ganz einfach. Hm? Erlebe die magische Welt und das Argument von It's good enough. Don't change it. Ja, aber YouTube macht das, äh, pass auf. It's good enough. Don't change it. Ich gebe euch jetzt da draußen einfach mal ein gratis Tipp. Hab ihr Wort? Außerdem willst du keine Nutzer mit überflüssigen Einstellungen überlasten, die dann versuchen, auf irgendwelchen Geräten irgendwelche experimentellen Optionen zu machen, die dann nachher nur zu Problemen und Support-Anfragen und unzufriedenen Bewertungen führen. Ich zeig dir jetzt und beweise dir jetzt das Gegenbeispiel. Okay. Deshalb, wir machen jetzt mal alle was. Gut. Ihr Zuhörer da draußen und der Lukas auch. Ja. Pass auf. Ihr öffnet jetzt YouTube.com. Im besten Fall seid ihr jetzt... Aber ich will doch jetzt nicht im Stream oder im Podcast hier rumrödeln. Nein, nein, nein. Nein, nein, machst du nicht. Ihr öffnet jetzt alle mal euren Webbrowser, falls ihr die Möglichkeit habt, und öffnet einfach YouTube.com und ihr seht oben rechts euer Logo von eurem Benutzer. Dann könnt ihr da draufklicken und könnt runterfahren auf den Knopf Einstellungen. Den klickt ihr mal. Man muss auf die drei Punkte daneben tun und ich bin bei YouTube nicht eingeloggt. Genau. Ihr könnt versuchen, einfach drauf zu klicken und dann könnt ihr Wiedergabe und Leistung anklicken. Das ist dann auf der linken Seite der Einstellungen. Und ihr könnt dann... Da ist eine tolle neue Option, die heißt AV1-Einstellung und ihr könnt sagen, einen Klick auf AV1 immer bevorzugen. Und wenn ihr das anklickt, bekommt ihr immer die bessere Qualität zu niedrigeren Bitrate automatisch. YouTube hat diese Option von Hausauf schon eingebaut, dass du alles in dem bestmöglichsten, hochmodernen, neuesten Codec direkt geliefert bekommen kannst, auf Wunsch. Du mindestens, solange die Originaldateien in diesem Codec mal kodiert wurden. Nein, schau mal auf das Fragezeichen. AV1, jedes HD-Format und UHD-Format wird automatisch in AV1 kodiert und ausgeliefert. Weil YouTube erst seitdem sie... Ja, ja, aber das ist neu. ...die HD-Images unterstützen, das hatten. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen, dass die originalsten Videos, die irgendwann 2009 mal bei YouTube hochgeschoben wurden, in 480p oder sowas, dass die noch in AV1 kodiert werden. Die kannst du ja teilweise nicht mal mehr mit den Tools grabben oder so, weil die Server mittlerweile andere sind. Und dazu möchte ich dir was erzählen. Das ist nämlich sau interessant. YouTube hat da was ganz Geiles. Sowas kennt ihr wahrscheinlich von Plex. Haben die einen Dislike-Remover gemacht oder so? Haben die das Interface mal wieder verbessert? Nein, nein, die haben was ganz Geiles. Die haben einen Transcoder. Die haben Realtime-Transcoder und liefern alle... Die Videos liegen nicht in AV1 vor. Es ist egal, in welchem Format sie vorliegen. Sie werden Realtime in AV1 gerechnet. Dafür hat YouTube sich extra ASICs besorgen lassen von Intel. Ja, ich weiß immer noch nicht. Ich meine, es ist halt... Mega. Komm, also nur mal so. YouTube macht das schon. Genau das, was ich mir wünschen würde, dass andere Hersteller auch tun, macht YouTube. Sie sagen, pass auf, das ist einfach für jeden besser und Qualität. Und sie bieten das dir als Option zum Anklicken optional einfach an. Ja, das ist ja in dem Fall auch schön. Ich bin halt immer noch skeptisch, ob die wirklich die uralte Kacke noch großartig umkodieren können, weil da hat sich wirklich im Hintergrund sehr viel geändert. Das stimmt. Also es gibt ja schon... Also gerade deswegen funktionieren ja teilweise auch die Edit-Funktionen bei ganz alten Streams oder so etwas nicht, wenn YouTube sagt von wegen, Mimimi, wir haben mal wieder ein Copyright-Infringement hier in irgendeinem uralten Stream entdeckt. Möchtest ihr den nicht irgendwie mal lieber beiseitigen lassen von uns, damit wir hier nicht irgendwie böse auf den Channel Shadow beenden und so weiter? Ja, völlig. Und dann sagst du, ja, okay, dann mach das halt. Aber dann passiert halt nicht wirklich großartig was, weil er dann sagt, ja, nee, das Source-File ist zu alt, können wir nicht editieren. Dem Look gebe ich jetzt in dem Mumble mein Video. Und das wird vielleicht als Link oder als Videobeschreibung zusätzlich mal für euch zur Verfügung gestellt werden, wenn ihr möchtet. Wenn ich es nicht vergesse, in die Show Notes zu tun. oder es ist ein Krieg auf der neuen Seite. Dann kann der Look zum Beispiel als Gag mal auf Play drücken und dann auf Rechtsklick gibt's in YouTube, wenn ihr das kennt, die Statistiken für Interessierte. Und da sieht man dann genau den Codec. Die glaube ich nicht. Ich kenne nur die Statistiken für Nerds. Die Statistiken für Interessierte, dann seht ihr halt, welcher Codec und was. Für alle, die es mal interessiert, mal reinklicken. Und da seht ihr dann diese Information, wie sie da steht. Und zwar AV01.012M.08. Das ist die Codec-Version von AV1, die da ausgeliefert wird, zum jetzigen Zeitpunkt unseres Videos. Interessant dazu ist, und das möchte ich dazu hinzufügen. Wir haben es gehabt, dass die meisten immer noch AAC ausliefern. Und das ist schrecklich. Denn AV1 nutzt zum Beispiel den überlegeneren Opus-Codec für Audio. Und Opus könnte unter anderem auch für zum Beispiel WhatsApp, Telegram oder Voice-Over-IP herhalten, weil es eben... Könnte man machen. Ja, und das wäre auch viel bessere Qualität. Die Sache ist die, man müsste so viel Scheiße retrofitten. Oh, habe ich jetzt Scheiße gesagt? Muss ich das wieder rauspiepen? Nein, das ist doch in Ordnung. Also man müsste die Sachen gar nicht retrofitten. Es gibt einfach die Option, automatisch auf das Höhere umzuspringen, wenn alle Endgeräte es unterstützen. Ja, das Problem ist, du musst halt so viel Shit halt im Hintergrund... Mobilnetz ist komplizierter, als du dir das manchmal vorstellst. Und auch ja, die Endgeräte bei WhatsApp und so weiter, diese ganze Kompatibilität und so weiter, da hängt ein fetter Rattenschwanz ran, von wegen, auf welchen alten Kartoffeln das Ganze gemacht wird. Hashtag push the limit oder sowas. Push it to the limit. Ja. Gut. Ja. Ich meine, seit wann pushen wir Smartphones noch zu den Limits? Ich meine, wir haben... Ja, ja, Samsung macht es immerhin noch. Ja, ein... Die pushen immer noch Kameraauflösung, Algorithmen... Natürlich pushen wieder Algorithmen rein. Aber ganz ehrlich, wer als Enduser kriegt heutzutage die Leistung von diesen Phones überhaupt richtig ausgereizt, so dass man davon bauerhaft profitiert. Nur Gamer. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du irgendwie dein tolles Gaming-Phone hast, was nochmal drei FPS mehr rendern kann, gerade in dem einen Game, sondern ich rede jetzt von den ganzen Alltagsnutzern. Die immer aber trotzdem denken, oh la la, ich habe jetzt hier aber ein Smartphone und ich brauche unbedingt das Neueste mit dem neuesten, Snapdragon 587081.3 Version Alpha, Beta, Gamma oder so. Ja, ich weiß nicht mehr. Und machen einen riesen GZ, sobald das Galaxy S34 Ultra durch das S35 Ultra Plus ausgesetzt wird und dann einmal upgraden. Und was machen sie im Endeffekt? WhatsApp-Call. Ja, es ist... Leute, die Leute können die Relation ziehen, aber es ist das Gleiche, warum brauche ich einen Sportwagen, wenn ich so schnell nicht fahren darf, ne? Ja. Menschen wollen halt immer mehr als... Die kriegen den Hals nicht voll. Im Sportwagen kannst du halt immerhin noch nicht beschleunigen irgendwo auf der Straße. Solange die Menschen Statussymbole brauchen, werden sie nicht glücklich. Meine Meinung. Tatsächlich, ich sehe immer noch kein Telefon, was aktuell es würdig wäre, nach dem Note 9 mein Daily Driver zu werden bisher. Naja, ich muss mein OnePlus 8 Pro auch austauschen, aber nur weil der Anschluss der USB-C, der festverlöte USB-C-Anschluss hin ist. Aber sonst würde ich es auch behalten. Das ist... Ja, das Problem ist, ich finde Hole Punchs und Notches in Displays ästlich wie die Nacht. Nimm halt das Handy ohne Frontkamera. Ja, aber wo gibt es die Dinger noch ordentlich? China, Hisense. Ah, da bin ich schon wieder im super billigen Segment und dann gibt es wieder nur diese ganz komischen Android-Versionen mit ganz gar nichts, irgendeinen Mediatek 6580 drin. Und Android 2.0, das sich wie 10 ausgibt. Android 3.2, damit WhatsApp zumindest ansatzweise noch in der Doc-Version, die alte Version, irgendwie einigermaßen hinruckelt oder sowas und dann noch auf dies und das und jenes gepatcht, dass es irgendwelchen Fake macht. Am besten inklusive Keylogger mit gefakten RAM etc. Plus, weil Apple es ja vorgemacht hat, ohne 3,5mm Klinkenboxe, so, dass ich geforst bin. Aber mit MicroSD-Erweiterung. Ja, das hat doch jedes China-Handy, oder? Das ist aber auch mal echt ein Vorteil von China-Handys. Den guten TF-Slot. Nein, aber einfach die Option, einfach eine blöde MicroSD-Karte und dann noch zwei SIM-Karten reinzudrücken. Ja, ja, ich weiß. Aktuell kann ich mich entscheiden, ob ich zwei SIM-Karten habe, die ich nebenbei auch benutze und brauche, oder ob ich dann meinen Speicher weitergut. Ich habe 120 GB im Scheiß-Telefon. Das ist mir doch Wurst, wie viel da jetzt gerade noch von frei ist oder so. Was will ich da machen? Stundenweise Netflix drauf speichern? Ja. Habe ich doch nichts von. Niemand hat Spotify mehr offline. Ich habe Spotify offline, meine komplette Library. Ja, aber es ist niemand hat es mehr. In ultra high-star Quality. Ja, was man A, weil ich kann dann halt auf Datenvolumen verzichten. B, ich kann dann halt auf Datenvolumen verzichten und Geld sparen. C, ich habe den Scheiß-Speicher. Also es ist mir egal, ob da 20 oder 30 GB für Musik drauf geht. Da stehe ich. Aber ich glaube, Luke, wie lange sind wir denn jetzt schon wieder im Rennen heute? Knapp 40 Minuten. Wir können ja noch auswählen lassen. Ja, ja, aber gutes Timing, oder? Aber was, ja, ich weiß, ich mache die ganze Zeit schon hier Cuts in der Aufnahme von dem anderen Ding, damit ich die zumindest noch zusammensetze, ohne dass ich diesen komischen Files heißt Big Arrow kriege, von dem ich nicht mehr weiß, ob er dann weitermacht. Ach so. Deswegen, ja. Aber genau, was ich sagen wollte, eigentlich Features, die ich in dem Handy haben möchte. Und versteht mich jetzt nicht falsch, eine 3,5 mm Klinkenbuchse ist ja jetzt nicht so schwer zu verbauen und einen analogen Deck. Die Dinge auch wasserdicht zu machen und so weiter, besonders wenn man sie nicht benutzt oder so, da macht auch halt einen Stopfen drauf, so einen Gummipropfen oder so, den man da reinstecken kann. Muss ja auch nicht offiziell zertifiziert sein. Ist doch nie unbedingt. Ich meine, guck dir an, was für kleine, Stoffgitterchen vor deinem Lautsprecher das Wasser gerade so eigentlich abhalten durch physisch kahle Effekte und so weiter. Ja. Und was aber trotzdem ich nicht 100 pro vertrauen würde und wo auch die Hersteller nicht 100 pro vertrauen, weil sie nämlich genau dahinter dann direkt so einen Water Resistance Sticker kleben und dann sagen, oh, ist ja trotzdem ins Wasser gefallen. Also solange es immer nur heißt von wegen, ja ist theoretisch so und die es nicht garantieren, ist es nicht waterproofed in meinen Augen. Ja, stimmt doch. Also ansonsten würde ich auch sagen, ja kannst du mal halt in die Dusche mitnehmen oder sowas oder kannst du mit ins Schwimmbad nehmen, das geht nicht kaputt. Und dann auch immer diese Werbung oder so von wegen, hier, ja nimm doch deinen Samsung blablabla mit ins Meer oder so und dann sagen die, ah, Kabel ist halt nicht für Salzwasser geeignet, ist halt schon, das ist halt irgendwie grenzwertig irreführende Werbung. Aber ich höre immer diese Argumente von Bluetooth-Kopfhörern und ich habe selber Wireless-Bluetooth-E-Buds und benutze die, weil sie auch irgendwo mal praktisch sind für irgendwo unterwegs oder so. Aber weniger Delay bei Kabel gebunden und so weiter und so fort und es ist ja jetzt nicht so, als nur weil man die Option hat, Kabel gebunden anzuschließen im Auto oder sonst wo, als hätte man die bei Kopfhörern mit einer Buchse auch nicht, oder? So, dass man da plötzlich dann, da kann man dann keine Bluetooth-Kopfhörern machen, weil man braucht Bluetooth-Chips jetzt ja nur, weil man die für Audio benutzt, oder? Ja. Komplett unlogisch. Ja. Aber deswegen, für mich gibt es einfach bisher kein neues Smartphone. Ich meine, ich würde ja sogar mit so einer ausfahrbaren Frontkamera leben für die paar Occasions, wo ich es nutzen würde, weil ich weiß, die kriegt bei mir sowieso keine U-Sage. Oh, das habe ich vermisst. Das habe ich so vermisst. Diese, diese, diese Front, es gibt eine Firma, die hat dann diese, diese mechanisch rausgefahrende Frontkamera gehabt. Ja, das ist einfach nur so. Das war so cool. Einfach so ein Ding oder so. Volles Display-Phone und dann halt bei Bedarf kommen halt mal kurz die Kamera da vorne raus. Für die acht Selfies, die ich im Jahr mache, vielleicht, wenn ich mal, keine Ahnung, irgendwo einen Lauf habe oder sowas, was weiß ich, oder mit irgendeinem Videocall mache, da darf die halt dann mal ausfahren und gut ist und ansonsten fährt die halt ein und ist aus dem Weg und ich habe da kein ekliges Loch im Display. Mann, das war schon echt cool. Oder diese Kameras, die wirklich so, die einmal komplett umpivirten und dann deine Rear-Kamera als Frontkamera nutzen können, wenn es Bedarf ist. Mhm. War doch auch einfach ein super tolles Konzept da. und eigentlich auch ultra geil, fand ich eigentlich den Prototyp, den ich da auf IFA in der Hand hatte, mal mit dem E-Ink-Display auf der Rückseite. Ganz einfach, weil, wofür nutze ich mein Smartphone, wenn ich die Medien, also wenn ich meistens Medien konsumiere? Ja, das ist meistens irgendwie ein Hörbuch oder sowas, Musik oder irgendwie sowas akustisches oder ich lese einfach ein Buch. Dafür wäre E-Ink einfach absoluter Knüller für Akkulaufzeit. True, E-Ink ist super geil, aber leider immer noch nicht. Aber es wird aus irgendeinem Grund absolut im Nischen Ding nicht weiterverfolgt teilweise. Nee, in China schon und in Asien, da gibt es ein paar geile Handys, die mit E-Ink laufen, auch mit guter Refresh-Rate, sogar teilweise bis zu 30, 40 Hertz. Die sind völlig nutzbar und auch GameStop spielbar schon mal. Ich habe letzte Woche ein YouTube-Video dazu gesehen, sehr cool, aber es gibt immer nur vereinzelte Modelle. Und das ist halt schade, Stromsparen ist halt godlike und wenn das Handy aus ist, zeigt es immer noch den letzten State an. Das heißt, du kannst dir im ausgeschalteten Zustand, nicht nur wenn das Handy aus ist und auch im Ruhe-Modus, kannst du dir zum Beispiel deine To-Do-List des Tages anzeigen lassen, konstant wie ein Notepad. Was gibt es ein besseres? Aber gut, es wird auch noch irgendwann kommen, wenn die Technik günstiger wird. Und tatsächlich, was ich halt schade finde, dass es keine Smartphones gibt, die sowieso ein PDA funktionieren oder so, oder wie das Note 9 oder so, oder die anderen Notes aus der Galaxy-Serie, die es früher gab hier. Ich werfe in den Raum. Mit einem Stylus, mit dem man schreiben kann. Hey, ja, oder ich werfe in den Raum, äh, Droid, ne, Droid 4, ausfahrbare Tastatur. Einfach eine physische Tastatur, die du rausswipest oder sowas, wäre auch eigentlich ein geiles Feature. Lukas? Ja. Das ist das Gute, ich habe ein rundes Schlusswort für heute. Mit dieser herben Enttäuschung lassen wir das Smartphone leben. Das passt genau zum, zum kompletten runden Thema, zu allem. Das schließt alles heute ab und zu alle Themen, die wir behandelt haben. Pass auf. Erst sagst du den Leuten noch, wo sie uns kontaktieren können, wenn wir sie uns Themen und so weiter schicken wollen. Naja, auf Discord, oder ihr könnt uns kontaktieren auf dem Kontaktformular auf thegeekfreaks.de. Da gibt es nämlich eins, da könnt ihr auch Themen vorschlagen für den Livestream oder eben für den Podcast. Genau, damit wir hier nicht mehr über Random-Kram quatschen müssen. Luke? Ja? So random ist das gar nicht, denn das Thema von heute ist all good things come to an end. Sonst wären es ja keine good things. Das heißt, alles Tolle, worüber wir gerade geredet haben, muss natürlich auch mal ein Ende haben und man nicht mehr existieren, weil sonst wäre es ja kein good thing. Deswegen gibt es ja auch das Jamba-Spar-Abo noch. Ja, weil es ja kein good thing ist. Genau. Das ist das beste Stoßwort, dass wir jetzt hatten. Jetzt müssen wir aufhören, alles danach wird nur schlechter. Genau. Das würde ich sagen dann. Zum nächsten Mal. Haut rein, genießt weitere Episoden des Podcasts, der hoffentlich jetzt häufiger erscheinen wird. Lasst es euch gut gehen. Und ciao. 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 Vielen Dank.